In Gandakesee waren am Samstag wieder die Narren los. Über 100 Festwagen und tausende Besucher verwandelten den gesamten Ring in eine einzige Partymeile. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Super Stimmung, bunte Kostüme und nette Menschen. Hier stimmt einfach alles. Leute sind gut drauf, man kann hier viel Süßigkeiten abkriegen und einfach geil. Alles schön, alles happy, toll. Das ist die Hölle hier und das geht alles vorrangig. Die Kostüme, die Stimmung, alles, das ist echt Wahnsinn. Mal fröhlich sind und alle gut drauf sind, das ist geil. Man muss es erlebt haben. Einfach mal herkommen. Die Leute sind super und alles ist klasse. Gandakesee! Hinein! Gandakesee! Hei, galt, hei, galt, hei, galt, hei, galt! Tschüss!